Unsere LTE-Testmessungen zeigen lediglich, dass LTE und 4G in diesen Ortschaften bzw. Gemeinden verfügbar sind. Die erreichten Werte sind nicht die maximal erreichbaren Werte. Bitte besuchen Sie unsere Webseite www.ltemesswagen.de und erkundigen Sie sich dort über einen Partner vor Ort. Die maximal erreichbaren Geschwindigkeiten sind von mehreren Faktoren abhängig, wie zum Beispiel Antennenausrichtung und der Höhe der Antennen, was wir bei unseren Testmessungen in der Regel nicht beachten können. Stellen Sie doch einfach eine persönliche LTE-Messung bei Ihnen zu Hause, wir kommen zu Ihnen und zeigen Ihnen wie schnell und einfach alles sein kann. So, hallo und willkommen auf LTE-Messwagen.de. Aktuell befinde ich mich in Bussmannshausen. Das gehört, so wie es aussieht, zu 880 477 Schwendi dazu. Auch hier in Bussmannshausen gibt es Internet über LTE. Aktuell befinde ich mich vor der Hubertusstuben. Das ist hier eine Wirtschaft. So, hinter mir ist dann, finde ich mal, so ziemlich Ortsmitte. Okay, dann würde ich sagen, wir machen mal eine Messung. Ich probiere mal, was hier rauskommt. Das ist hier, das Buben bist du sehr. Und ich bin nicht mehr, wie wir jetzt mit Bussmann ausbrechieren. So, ohne Antennenausrichtung, Upload von 11.000, oder Download von 11.000, Upload von 4.500, doch ein recht gutes Ergebnis. Wenn ihr eine Messung zu Hause haben möchtet, ltemesswagen.de, hier sind dann unsere Partner mit drauf, wo ihr eine Messung bestellen könnt. Wir sind vom Vodafone Shop im Schleckerland, uns gehört die Seite 4g.dsl.de, hier findet ihr auch sämtliche Informationen zur LTE-Technik, hier unten ist dann unsere Adresse mit Telefonnummer eingeblendet, bei Interesse einfach anrufen, wir kommen auch gerne nochmal vorbei, messen das vor Ort, live, wenn sie dabei sind. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.